Hi ihr Lieben, ich bin heute mit unseren dreien kleinen alleine hier im Gehege. Paffi nicht knippeln. Und lass sie einfach mal laufen. Meine bessere Hälfte ist gerade einkaufen, der ist nicht dabei. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil... Also Dusi kennt ja das Gehege. Agila war eine Woche alt, die kennt eigentlich gar nicht das Gehege. Und Paffi überhaupt nicht, weil Paffi ist ja bei uns geboren und die anderen beiden sind hier geboren. Und ich muss einfach zusehen, dass sie auch bei mir bleiben. Bei Paffi sehe ich da gar kein Problem, weil wenn ich den rufe, dann kommt er hinter mir her, weil er eben halt bei mir geboren ist. Bei den anderen beiden bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn Dusi zum Beispiel jetzt hier durchs Gehege laufen würde, dann würde ich sie heute Abend wahrscheinlich wieder mitnehmen. Das wäre jetzt auch nicht das Problem, aber bei Agila, weil die das auch nicht kennt. Im Moment sitzen sie alle drei bei mir. Die beiden hier. Agila da unten zwischen meinen Beinen. Ja, ich gucke einfach mal, wie es läuft. Ich bleibe jetzt ungefähr eine Stunde hier. Ich habe auch ein bisschen Mais mitgebracht, weil sie stehen voll auf Mais. Und wenn ich sie dann nachher in die Box wieder haben will, dann schmeiße ich einfach ein bisschen Mais in die Box. Und auch ein bisschen Mais, falls sie jetzt doch ein bisschen abdriften, dann kann ich sie mit dem Mais wieder zurückholen. Ja, ihr Lieben, wir gucken einfach mal, wie es gleich läuft. Okay. Okay. Okay.